Ja, hallo zusammen. Es ist Sonntag, es gibt wie immer kein Video. Wir kennen das Spiel. Ich habe hier ein kleines neues Video-Format für euch. Das wollte ich immer als Bonus-Video zwischendrin machen. Ich bin super gespannt, was ihr sagt. Heute wirklich als Test. Ich habe ein bisschen gebrainstormt, mich mit ein paar Leuten unterhalten. Und rausgekommen ist quasi hier die erste Episode. 100 Sekunden Magic Basics. Ich kriege ganz oft die Frage, was bedeutet Begriff XY? Und wir wollen in dieser Videoreihe uns ein bisschen um so Magic-Terminologie oder Magic-Slang quasi kümmern. Wichtig, ich habe Fähigkeiten, also Keyword-Abilities, sowas wie Aufblitzen rausgelassen. Obwohl das natürlich zum Buchstaben A heute passen würde. Da habe ich noch so eine Art Ability-ABC-Video geplant. Der Arbeitstitel steht auch schon. Das passt da ein bisschen besser, wenn man einfach nur einzelne Videos hat, wo man schnell alle Fähigkeiten einmal kurz erklärt bekommt. Also ich dachte, das wäre ganz gut, das alles zu trennen. Heute starten wir mal 100 Sekunden Magic Basics. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, die Zeit läuft. Beginnen wir mit dem Arc-Type. Ein Arc-Type, zu deutsch der Archetyp, ist ein wiederkehrendes Deck oder eine wiederkehrende Deckstrategie mit zahlreichen möglichen Variationen. Auch wenn sich einzelne Karten in einem Deck ändern, das Schema oder Grundgerüst eines Arc-Types bleibt weiterhin in der Regel erkennbar. Bei Magic lassen sich natürlich viele Decks einem bestimmten Arc-Type zuordnen. So kann man zum Beispiel auch ein Tribal-Deck nehmen, hier zum Beispiel einfach ein Mehrvolk-Deck. Und natürlich sieht jedes Mehrvolk-Deck anders aus. Nicht jeder spielt genau die gleichen Karten, aber dennoch kann man sagen, alle diese Decks gehören zu dem Arc-Type Mehrvolk. Natürlich bilden nicht nur die Tribal-Decks bei Magic die Arc-Type, sondern ganz viele verschiedene Decktypen. So zum Beispiel auch ganz einfach, sowas wie ein schwarz-rotes Aggro-Deck. Und da sind wir schon bei unserem nächsten Begriff. Aggro oder das Aggro-Deck sieht man auch ganz oft bei Magic und ist eigentlich relativ selbsterklärend. Aggro ist die Kurzversion vom englischen Aggressive, also für sehr schnelle, aggressive Decks. Die Decks gewinnen häufig über sehr schnelle, preiswerte Kreaturen. Manchmal eben auch wie unser schwarz-rotes Deck über sehr aggressive Zaubersprüche. Und man versucht mit einem Aggro-Deck eben nicht über Karten Vorteil zu gewinnen, sondern eben über das Tempo. Man will den Gegner in den ersten Zügen schon besiegen, bevor er seine eigene Strategie aufbauen kann. Also richtig schön aggressiv sein, wie gesagt relativ selbsterklärend. Abschließend haben wir noch zwei Farbkombinationen mit dem Buchstaben A. Als erstes haben wir hier Azorius, abgeleitet vom Azorius-Senat, eine weiß-blaue Gilde aus der Ebene von Raffnika. Kleiner Funfact nebenbei, der Azorius-Senat ist quasi die Regierung von Raffnika und kümmert sich eben auch um die Gesetze von Raffnika. Im alltäglichen Magic-Leben beschreibt Azorius aber eigentlich nur die Farbkombination weiß-blau, wobei sehr viele Magic-Spieler eben einfach auf die Abkürzung UW zurückgreifen. Abschließend haben wir dann noch Absahn, abgeleitet vom Absahn-Haus. Einer der fünf Klane von Tarkir mit der Farbkombination weiß, schwarz und grün. Und die Absahn-Decks konnten sich auch schon bei Magic in vielen Turnierformaten etablieren, bilden also tatsächlich einen eigenen Arc-Type. In der Regel sind das Absahn mit Range-Decks, ein Deck-Typ, der eben sehr starke schwarze, grüne und weiße Einzelkarten kombiniert. Ja, das war's auch schon für die 100 Sekunden Magic Basics. Die Zeit ging schnell rum, aber man konnte echt cool viele Infos in ein kurzes Video packen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ein kleines Bonus-Video für zwischendurch, denke ich, schadet auf jeden Fall nicht. Mir hat's auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so eine ganz kleine Episode hier zu produzieren. Ist, glaube ich, ganz cool, auch für unsere Anfänger und an alle fortgeschrittenen Spieler natürlich. Wenn ich was vergessen habe, lasst einen Kommentar da, dann mache ich vielleicht noch ein kleines Bonus-Video zum Buchstaben A. Ansonsten lasst auch schon Vorschläge da, was könnte man denn in der Episode zum Buchstaben B machen. Natürlich sind hier nicht nur die erfahrenen Spieler gefragt, sondern auch einfach hier unsere neuen Spieler, die Anfänger, die vielleicht mal irgendein Wort aufgeschnappt haben und keine Ahnung hatten, um was es ging. Ich sammle auf jeden Fall jetzt mal Begriffe für diese kleine 100-Sekunden-Magic-Basics-Reihe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video schon ein paar coole Infos mitnehmen. Das Ganze hat Spaß gemacht und wie immer wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao!